Bonjour und Gott zum Gruße. Merken Sie sich den Tag, 13. August, wir haben 17.48. Heute haben wir die 16.000 überboten. Ganz ehrlich, hätte ich nicht gedacht am 1.1. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Und es ist Zeit, T-Shirts zu drucken. Irgendwie, ich war dabei, 16.000 und dann das Datum drunter. Und jetzt muss ich mal mit Ihnen ein bisschen nostalgisch werden. Ich habe jetzt im September, habe ich meinen 34. Börsengeburtstag und irgendwann habe ich dann mal für die Kundschaft T-Shirts gedruckt. Ich gebe Ihnen mal ein paar Ideen. Es ist ja langweilig, von wegen ich war dabei oder sowas. Das hier habe ich mal gemacht. Da ging es um NEMAX. Hier unten drunter steht, Jungs, wenn ihr es richtig braucht, geht um die Ecke. Da und dann rein in die Börse. Vielleicht kennen Sie noch ein paar Aktien hier. Comroad, MTV, Telekom gibt es noch, MMP, Infineon auch noch. Und Spaß garantiert. Das hatte ich mal, ich weiß gar nicht, ich glaube 2000 oder sowas. Ich war drin, konnte man hier ankreuzen. Gigabell, kennst du es noch? Teldafax, Let's Byte.com, CMGI, Pixelpark. Also so ein paar Sachen dabei. Oder man konnte hier unten ankreuzen. Ich hatte sie alle. Und hier sind die Jahresverluste. Dann ein anderes noch. Kann ich euch auch mal zeigen. Geben Sie mir die zwei Minuten. Ich bin jetzt gerade ein nostalgischer Dings. Das war NEMAX 50. Und hier unten drunter steht, Papa war am neuen Markt und die Mädels machen dann Musik. Und die beiden laufen hier einfach so dabei mit dem Hund. Das war auch ein T-Shirt-Druck. Oder das hier, das war das Jahr, wo dieser Film kam. Titanic, 98. The Year of Titanic. Zack. Hier ist der Kursverlauf. Sieht man nicht mehr so gut. Ich habe das schlecht fotografiert. Ich kann das nicht besser hinkriegen. Aber jetzt können Sie sich ja mal überlegen, ob einer ein schönes Muster hat für ein T-Shirt. Wenn sie gut sind, kaufe ich sie ein Stück. Was wir heute gemacht haben, ist extremst widersprüchlich. Wir haben hier erst mal ein paar schicke Kerzen, schicke weiße Kerzen. Alles soweit okay. Insbesondere der Donnerstag. So, und dann haut er hier so eine Kerze rein. Das ist ein Shootingstar. Wir gehen ans Oberband, wobei er das natürlich durch den Kurs heute kreiert hat. Und wir schließen in der Nähe des Tagestiefs. Und wo war der Nummer? 15.977,44 war der DAX-Schlusskurs. Oberes Band, Shootingstar. Das ist nicht schön. Wir haben als sehr gute Unterstützung, haben wir hier diesen, also als sehr gute, sehr wichtige Unterstützung, die 15.811. Das war dieses siebenfache Top, die obere Kanalkante, was wir gesehen haben. Also da bitte nicht drunter schließen. Das wäre auch, wenn er das machte, wäre das ganz schlecht, wenn er auch unter dieser Kerze hier schließen würde. Da wären wir nämlich bei 15.825. Also das möchte er doch bitte tunlichst vermeiden. Andererseits, rein vom Chart her, wir sind auf einem All-Time-High. Das ist die schönste einer Welten. Wir sind hier auf der, wie heißt es, Santa Maria von Kolumbus und wir ziehen neuen Horizonten entgegen. Das ist schon gut, aber es widerspricht halt der allgemeingültigen Chart-Technik. Wir sind noch positiv über das MACD. Klar, wir sind am All-Time-High, muss es auch sein. Wir gelten als überkauft im Oszillator, aber ohne Verkaufssignal. Das ist eine ganz, ganz heiße Kiste hier. Es kann also wirklich sein, dass jetzt mal ein paar Änderlinge sagen, okay, danke, haben wir gesehen, das war unser Ziel und tschüss. Es kann aber auch einfach sein, dass da wirklich Anschluss-Orders kommen. Das ist jetzt mit Argus-Augen zu bewachen. Der Vorteil von so einem Shooting-Stars, er liefert sofort den Stopp mit. Wir hatten also hier den Hoch heute bei 16.030. 30 Punkte drüber ist jeder Short zu stoppen. Da gibt es kein Wenn und Aber. Aber er darf auch nicht hier drunter. Deswegen, ich habe jetzt die Scheine mal so ausgesucht. Ich vertrete die Ansicht, wenn wir hier drunter gehen, wird es schon mal negativ. Da kommen echt Warnsignale. Aber wenn wir unter der 20-Tage-Linie schließen sollten, was ich jetzt nicht für Montag oder Dienstag von ausgehe, dann war das hier ein Fake Breakout. Ich habe mich für diesen Scheine entschieden. 15.500,47. Das ist die GH9L96. 15.500 sind wir hier. Der muss aber gestoppt werden. Meines Erachtens nach. Wenn wir unter der 15.800 mit der 4-Stunden-Kerze sind. Also 15.770. Da muss der gestoppt werden. Ich selbst möchte mir das erst jetzt mal aus einer sicheren Schlagdistanz anschauen. Anschauen. Short. Ein Put. Da können Sie im Prinzip nehmen, was Sie wollen. Ich empfehle, ich werde wahrscheinlich so etwas hinnehmen. 16.441. Das ist ein 34er Hebel. Das ist die GA4 MB7. Aber nochmal, den werde ich stoppen, wenn wir 30 Punkte über dem heutigen Hoch von 16.030 sind. Also bei 16.060 muss der raus. Dann will der Markt einfach weiter hoch. Das ist eine super, super spannende Situation momentan. Also hier ist alles drin. Ich kann noch nicht mal sagen, ich bin super negativ. Ich kann aber auch nicht sagen, ich bin absolut positiv. Ich muss den Montag abwarten. Dieser Tag hier war okay. Vor allen Dingen in dem Moment, in dem wir darüber gegangen sind. Das waren, ich mag das nicht zu sagen, aber relativ sichere Punkte hier drüber. Aber momentan, heute und jetzt am Freitagabend. Ich möchte gerne den Montag abwarten. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.